Guten Abend sehr geehrte Damen und Herren und herzlich willkommen zu den PiperCross Breaking News. Uns hat die Eilmeldung erreicht, dass die offene Ansaugung von PiperCross Deutschland für den Hyundai i30n ab sofort über ein gültiges TÜV-Teilegutachten verfügt. Aber das muss ein Fehler sein. Könnten wir das vielleicht für die Zuschauer einblenden? Ja, Moment. Das Video bitte. Ja, wie Sie eben gesehen haben, handelt es sich um diese Ansaugung. Ja, und wie schon erwähnt, verfügt diese offene Ansaugung von PiperCross Deutschland für den Hyundai i30n ab sofort über ein gültiges TÜV-Teilegutachten und kann somit an allen KFZ-Prüfstellen offiziell eingetragen werden. Ach, wisst ihr was? Ich hole mir selber so ein Ding jetzt. Äh, Toni, was wird das? Ich mach heute Schluss. Ich will mir den Sound noch reinziehen. Äh, okay? Äh, okay? Äh, okay? Untertitelung des ZDF, 2020